Widerstand zwecklos. Gegen die Wucht der Wassermassen ist dieser Damm im US-Bundesstaat Texas machtlos geworden. Eine Überwachungskamera hat den Moment eingefangen, in dem der Staudamm eines Wasserkraftwerks in der Nähe von New Brownfields bricht. Mit den Aufnahmen will die zuständige Behörde Druck machen, alle sechs Staudämme am Guadalupe-Fluss zu ersetzen. Die Anlagen wurden zwischen 1928 und 1931 gebaut.